Der Michelin Pilot Power 2 CT ist ein günstiger Budgetreifen, der für viele Maschinen in verschiedenen Größen zur Verfügung steht. Wie sich der Reifen im Straßeneinsatz schlägt, erfahrt ihr nach dem Intro. Hallo bei Bikereifen24, heute haben wir den Michelin Pilot Power 2 CT auf der KTM RC390 für euch im Test. Und hier möchten wir uns diesen günstigen Einstiegsreifen in die Welt des Hypersports von Michelin einmal genauer anschauen. Als der Pilot Power 2 CT vor über 10 Jahren auf den Markt kam, war er wirklich bahnbrechend und einer der besten Hypersportreifen überhaupt. Doch auch heute noch kann der Pilot Power 2 CT durch einen günstigen Preis und sehr solide Fahreigenschaften überzeugen. Er gehört außerdem auch mit zu den beliebtesten Reifen in unserem Shop und wird von Michelin auch nach über 10 Jahren Produktionszeit immer noch neuwertig hergestellt. Und hat einen festen Platz im Sortiment von Michelin. Der 2 CT siedelt sich dabei unter dem Power 6 und Power 5 an. Er ist ein reiner Straßensportreifen, der eine sehr ausgewogene Mischung aus Laufleistung, Grip, Nassgrip und Fahrverhalten bietet. Und wie schon bereits erwähnt, gehört er nach wie vor zu den sehr sehr beliebten Reifen im Shop. Aber auch im Allgemeinen sieht man den 2 CT sehr oft auf Motorrädern montiert. Und deshalb schauen wir uns den Reifen jetzt einmal genauer an. Auf der KTM RC390 haben wir zuvor den Metzeler Sporttec M5 Interact gefahren, den wir ehrlicherweise nicht so toll fanden. Und dann haben wir uns gedacht, okay, was passt noch auf dieses Motorrad? Und was wäre eine angemessene Alternative für diese A2 Klasse zu einem vernünftigen Preis? Und hier kommt eigentlich fast nur der Michelin Pilot Power 2 CT in Frage. Und er hat uns auf jeden Fall sehr sehr überzeugen können. So viel schon einmal vorweg. Auch wenn dieser Test jetzt exemplarisch nur für die KTM RC390 gilt, kann man ihn in seinen Grundfahreigenschaften natürlich auch auf andere Fahrzeuge oder größere Motorräder übertragen. Lediglich jetzt beim Grip-Level ist es natürlich sehr schwer, den Reifen auf einer 40 PS Maschine oder auf einer 150 PS Maschine zu vergleichen. Hier gehen wir aber stark davon aus, dass der A2 CT auf einem soliden Level funktioniert, in den höherklassigen Motorleistungen und kein absoluter Versager ist. Aber wie gesagt, unsere Erfahrungen beziehen sich jetzt hier nur spezifisch auf die KTM RC390 und können auch indirekt auch auf andere 125er A2 Motorräder und gegebenenfalls auch kleinere Supermotors übertragen werden. Beginnen wir zunächst mit dem Grip. Vorweg zu sagen, das Kalt- und Warmlaufverhalten zeigt kaum Unterschiede. Sprich, der Reifen fährt sich immer ziemlich gleich und es braucht auch nicht wirklich lange, bis er auf Temperatur ist. Längere sportliche Beanspruchung steckt er ohne Überhitzen weg. An ganz heißen Tagen liefert der Power 2 CT auf der KTM RC390 auch noch einen soliden Grip. Wenn er dann aber zu warm wird, neigt er ein bisschen schwammig zu werden und zu schmieren. Da muss man aber schon wirklich sehr, sehr sportlich und sehr ausdauernd sportlich fahren, um in diesen Bereich zu kommen. Ansonsten muss man sagen, der Grip im Kalten, sowohl im warmen Temperaturbereich geht vollkommen in Ordnung. Er überzeugt hier wirklich auf allen Ebenen mit den rund 45 PS, die die RC390 aus ihrem Einzylinder holt, kann man den Reifen eigentlich grip-technisch am Hinterrad nicht aus der Ruhe bringen. Wir haben es auch nicht geschafft, irgendwelche Rutscher zu provozieren. Auch auf der Vorderachse liegt er super satt und liefert sehr viel Vertrauen und konnte hier keinerlei Schwächen zeigen auf diesen leichten, leistungsschwachen Maschinen. Also wirklich eine Empfehlung und prinzipiell muss man sagen, ist hier das Grip-Niveau des Power 2 CT so hoch, dass man sagt, auch wenn man extrem sportlich unterwegs ist, braucht man in dieser Fahrzeugklasse nicht mehr. Der NAS-Grip ist ebenfalls sehr vorbildlich. Hier ist Michelin schon immer ein Vorreiter gewesen. Natürlich kann der Power 2 CT jetzt nicht mit dem aktuellen Power 6 im Hinblick auf den NAS-Grip mithalten. Da merkt man, da liegen einfach über 10 Jahre Entwicklung dazwischen. Trotzdem funktioniert er bei Nässe sehr gut, sehr zuverlässig, sehr vertrauenserweckend und man kann definitiv sportlich weiterfahren und im Alltag ohne Probleme in jeder Situation weiterfahren. Wir haben ihn wirklich sportlich auf nassen Waldstrecken getestet und hier haben wir wirklich nichts zu beanstanden. Der 2 CT funktioniert bei Nässe, im Alltagsbetrieb, im leichten Sportbetrieb, auf leistungsschwachen Maschinen ausgezeichnet. Auf der Bremse ist der 2 CT ebenfalls sehr solide. Hier spürt man aber, dass er eine sehr, sehr weiche Karkasse hat. Also beim Montieren haben wir schon festgestellt, man könnte den 2 CT beinahe schon einfach mit der Hand aufdrücken oder gefühlt mit der Hand aufdrücken, so weich ist er gestaltet. Das macht sich dann am Vorderrad aus unserer Sicht so bemerkbar, dass wenn man extrem über das Vorderrad fährt, viel in die Kurve hineinbremst und stark verzögert, schon deutlich spürt, dass er arbeitet, was so ein bisschen ein schwammiges Fahrverhalten zeigt. Also er ist dann nicht ganz so präzise zu fahren über die Vorderachse. Trotzdem kann man sagen, dass man hier mit einem leicht erhöhten Luftdruck entgegenwirken kann, was die Sache dann extrem entschärft. Der Reifen ist aber wirklich trotzdem auf einem guten Niveau im Hinblick auf die Bremseigenschaften am Vorderrad. Vor allem das Hineinbremsen in die Kurve kann er sehr gut. Hier zeigt er keinen Abkippmoment, wenn man dann die Bremse im Radius loslässt. Und das kommt vor allem auch dem sportlichen Fahren auf diesen leichten Maschinen entgegen, da man die ja so richtig auskosten kann und über die Bremse schnell in Kurven fahren kann. Wie bereits erwähnt, ist der 2CT ja sehr weich gestaltet. Das ist dann auch das Resultat, dass er ein sehr komfortabler Reifen ist, der viel Eigendämpfung bietet, extrem schlechter Asphalt, harte Abrisskanten und Schlaglöcher steckt er ohne Probleme weg und federt dabei sehr weich. Also gefühlt ist der 2CT einer der komfortabelsten Sportreifen auf dem Markt und funktioniert wirklich wunderbar, auch im Alltag und beim Touring. Da kann man hier wirklich nur volle Punktzahl einräumen. Das Verschleißbild des Power 2 CT ist sehr gut. Er reibt sich nicht zu extrem ab, auch lange sportliche Beanspruchungen zeigen jetzt hier keine Anzeichen, dass er sehr leiden würde. Er ist schön glatt, er verschleißt recht gleichmäßig und auch an heißen Tagen haben wir jetzt nicht festgestellt, dass der Power 2 CT sich förmlich auflösen würde. Wir gehen auf so kleinen, leistungsschwächeren Maschinen wie der RC-93 von einer Laufleistung von rund 5000 Kilometern aus. Auf leistungsstärkeren Maschinen müsste es deutlich weniger sein, aber wirklich im Sportbetrieb auf diesen kleinen Maschinen sollte man so in diesem Dreh liegen, was schon sehr solide wäre. Der Power 2 CT ist sehr, sehr agil zu fahren. Er ist extrem schön präzise und lenkt sehr, sehr willig über das Vorderrad ein. Gerade auf der RC-390 macht es richtig viel Spaß. Da kann er mit viel Agilität erfreuen und das ist dann auch ein richtiges Upgrade zum Metzeler Sporttec M5 Interact, der serienmäßig montiert ist. Das ist einfach ein Genuss. So kann man die RC-93 voll auskosten und mit viel Fahrspaß fahren, da man hier halt auch gerade in diesen engen Kurvengeläuftern die Bauart der Maschine auskosten kann, dass sie sich so handlich und so agil durch die Kurven werfen lässt. Auch die Stabilität des Pilot Power 2 CT geht vollkommen in Ordnung. Er fährt sehr stabil, lässt jederzeit Korrekturen zu. Nur in ganz tiefer Schräglage haben wir festgestellt, dass es sich ein bisschen kippelig beziehungsweise schwammig anfühlt, was aber natürlich auch an der kleinen Reifenbreite von 110 und 150 auf der KTM RC-93 liegen kann. Prinzipiell ist es kein großes Problem, aber hier hat er eben eine kleine Schwäche, die nur in extrem tiefen Schräglagen auftritt. Ein Aufstellmoment hat der Michelin Pilot Power 2 CT auf der KTM RC-93 nicht gezeigt. Er stellt sich nicht beim Schleunigen, nicht beim Bremsen und auch nicht beim Hineinbremsen und Loslassen der Bremse auf oder kippt ab. Somit fährt er sehr neutral über das Vorderrad und generell ohne Aufstellmoment im Allgemeinen. Im Hinblick auf den Luftdruck sind wir den Power 2 CT auf der KTM RC-93 mit 2,1 bis 2,2 Bar an der Vorderachse gefahren und hinten haben wir 2,0 Bar eingefüllt. Das hat sehr gut funktioniert und auch dieser leicht erhöhte Luftdruck an der Vorderachse konnte diese leichte Instabilität auf der Vorderbremse dann beim sportlichen Fahren etwas neutralisieren. Hier könnte man vielleicht sogar noch ein bisschen höher ansetzen. Das müsst ihr dann aber selber ausprobieren. Nun, für wen empfehlen wir den Michelin Pilot Power 2 CT? Der 2 CT ist aus unserer Sicht eigentlich ein sehr guter Reifen, der sehr preiswert ist und auf einer Vielzahl von Maschinen noch wirklich exzellent funktioniert. Gerade im A2 Bereich oder im 125er Bereich sagen wir, man braucht auch als Extremfahrer nicht mehr. Man kann nicht mit der Maschine mehr Fahrleistung erzeugen, als der Power 2 CT bieten kann. In der Mittelklasse auf Naked Bikes und Supermotors so im Bereich 60 bis 100 PS sind wir ebenfalls überzeugt, dass der Michelin Pilot Power 2 CT exzellent funktioniert. Wir haben ihn mal vor ungefähr 10, 12 Jahren auf einer Yamaha R6 gefahren. Damals war er wirklich ausgezeichnet auf diesem Motorrad, sofern wir uns noch erinnern können. Das Problem ist nur, damals hat er eben auch zur Speerspitze der Hypersport-Reifen gehört. Es liegen jetzt aber schon gute 12 Jahre dazwischen und da muss man dann ehrlich sagen, sind heute im Supersport-Bereich wahrscheinlich andere Reifen, die der S23 oder der Power GP2 deutlich besser. Trotzdem können Alltagsfahrer, Sportfahrer, die es nicht übertreiben, die nicht immer die letzte Performance brauchen, auch heute noch mit dem 2 CT, durchaus auf Supersportlern und Superbikes sehr gut zurechtkommen. Im Prinzip fehlt es ihm ja eigentlich laut unserem Testbericht an nichts. Es ist eben nur so, dass er nicht mehr ganz die feinste Ware aktuell auf dem Markt ist. Für den Standardsatz 120 vorne und 180 hinten werden für den 2 CT aktuell rund 210 Euro fällig, was halt schon eine enorme Ersparnis von rund 80 bis sogar über 100 Euro im Vergleich zu aktuellen Hypersport-Reifen bedeutet. Und da muss man sagen, ist es halt echt eine Überlegung wert, ob man die neueste Technik braucht oder sich eben auch mit einem guten und soliden Budgetreifen zufrieden geben kann. Der Michelin Power 2 CT ist bei uns im Shop in allen Größen verfügbar und auf Lager. Und wir hoffen, dass euch unser Test gefallen hat und auch bei der Kaufentscheidung ein bisschen weiterhelfen konnte. Wir wünschen euch jetzt eine schöne Saison und viel Spaß beim Motorradfahren.